Gott gibt Gaben. Das ist das wichtige Thema, über das ich heute in dieser kurzen Videoandacht sprechen möchte. Und damit grüße ich einen jeden, der nun zuschaut. Ich freue mich, dass du dieses Video angewählt hast und dass wir nun weiter gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können durch den zweiten Timotheusbrief. Es gab ja schon ein erstes Video in diesem ersten Teil der Serie, da hatten wir über 2. Timotheus 1, Vers 1 bis 5 nachgedacht. Und wir haben uns angeschaut, welche guten Gründe Paulus dem Timotheus nennt, welche er eben vorstellt und wie er ihn eben motivieren möchte, dem Herrn treu zu bleiben. Auch in Widerständen, auch dann, wenn der Dienst wirklich hart wird. Und dass er schwierig ist, der Dienst, ja, das wissen wir. Das war bei Timotheus der Fall. Heute lesen wir dort weiter. Es geht um 2. Timotheus 1, die Verse 6 und 7. Und da geht es, wie eben schon gesagt, darum, dass Gott Gaben gibt. Paulus schreibt, Das ist der erste Gedanke hier. Gott gibt Gaben, aber wir müssen sie auch nutzen. Nochmal Vers 6, dass wir es nochmal im Ohr haben. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Paulus erinnert Timotheus also daran, dass er eine Gabe bekommen hat. Er hat sie durch Handauflegung bekommen. Das war etwas Besonderes. Er denkt also zurück an ein besonderes Ereignis. In 1. Timotheus 4, Vers 14, da wird das näher beschrieben, dieses besondere Ereignis. Dort heißt es, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Also das war schon etwas Besonderes. Offenbar auch etwas Feierliches und Offizielles. Vielleicht so etwas Ähnliches wie eine Ordination, als Timotheus durch Handauflegung der Ältesten mit einer Gabe von Gott beschenkt wurde. Timotheus, erinnere dich daran, du hast eine Gabe bekommen. Das ruft Paulus ihm hier in Erinnerung. Aber was von Timotheus im Speziellen gilt, das gilt auch allgemein. Gott begabt jeden, der an Jesus Christus glaubt. Wenn du Christ bist, dann kannst du sicher sein, dass Gott dich begabt. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann darfst du wissen, dass du mindestens eine Gabe hast. Kennst du deine Gabe? Kennst du deine Gaben? Weißt du Bescheid darüber, wie und wofür dich unser Herr begabt hat? Wenn ja, dann ist das ganz wunderbar, prima. Dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Vielleicht fällt es dir aber auch schwer, diese Frage zu beantworten. Und du denkst eher, eigentlich weiß ich das nicht so recht. Dann möchte ich dir raten, schau dir mal zwei Bibelstellen näher an. Dort findest du zwei Listen, in denen der Apostel Paulus eine ganze Reihe verschiedener Gaben aufführt. Vielleicht ist da auch die Gabe dabei, die der Herr dir geschenkt hat. Es lohnt sich jedenfalls, sich mit dieser Liste vertraut zu machen, diese Stellen, am besten die beiden Kapitel komplett mal in Ruhe zu studieren. Bedenken sollten wir allerdings auch, dass diese Listen, die wir dort finden in Römer 12 und in 1. Korinther 12, dass die nicht allumfassend sind. Es gibt weit mehr Gaben als die, die der Apostel Paulus dort beispielhaft aufführt. Darum noch ein zweiter Rat. Wenn du auf der Suche nach deiner Gabe bist, dann befrag doch mal Menschen, die dich gut kennen. Wie schätzen sie dich ein? Welche Gaben sehen sie bei dir? Denn eins ist sicher. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du an ihn glaubst, als dein Herr und Erlöser, wenn er dein Retter ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du mindestens eine Gabe. Ganz sicher. Was soll Timotheus nun mit der Gabe machen, die ihm gegeben ist? Er soll sie erwecken. Paulus schreibt, ich erinnere dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist. Dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist. Timotheus soll seine Gabe, die Gott ihm ja geschenkt hat, er soll sie erwecken. Er soll sie gebrauchen. Die Gabe schläft also ein bisschen. Das heißt, Timotheus, er lässt sie schlafen, er lässt sie verkümmern, er setzt sie nicht so recht ein. Wenn wir die Gaben Gottes nicht nutzen, dann passiert genau das. Sie verkümmern. Und umgekehrt gilt, wenn wir die Gaben Gottes nutzen, dann werden wir sie weiterentwickeln. Denn eine Gabe zu haben, das heißt ja nicht, dass wir plötzlich etwas perfekt können würden. Eine Gabe ist mehr wie ein Talent, das geübt, trainiert und weiterentwickelt werden muss. Wenn du ein Instrument spielst, dann weißt du genau, wovon ich rede. Du weißt, dass es nicht reicht, musikalisch zu sein. Nein, wenn du Klavier oder Trompete oder irgendetwas anderes richtig spielen können willst, dann musst du üben. Du musst regelmäßig deine Gabe einsetzen, du musst sie ausbilden und entwickeln. Wie ist es also mit der Gabe, die Gott in dich hineingelegt hat? Kennst du sie? Und wenn du sie kennst, nutzt du sie auch? Oder schlummert sie bisher so vor sich hin? Dann überleg doch mal, wo könntest du deine Gabe nutzen? Wie könntest du sie einbringen? Wo? An welcher Stelle? Vielleicht auch noch mal ein anderer Gedanke. Vielleicht bringst du deine Gabe normalerweise ein. Das ist für dich selbstverständlich geworden. Aber in dieser Corona-Zeit, die ja jetzt auch schon über ein Vierteljahr andauert, ist das nicht so möglich wie sonst. Weil zum Beispiel der Dienst, in dem du normalerweise tätig bist, zurzeit nicht stattfindet. Überleg doch mal, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, auch in dieser Zeit deine Gabe einzubringen. Sie zu erwecken. Damit sie auch jetzt nicht verkümmert, sondern dass sie auch jetzt weiterentwickelt wird. Dass du sie auch jetzt gebrauchen kannst. Denn Gott hat Gaben in uns gelegt, nicht damit sie schlummern, sondern damit wir sie gebrauchen zu seiner Ehre. Gott gibt Gaben, aber wir müssen sie auch nutzen. Gott gibt Gaben, nämlich einen Geist, der überwindet. Das ist so der zweite Gedanke, den finden wir in Vers 7. Gott gibt Gaben, nämlich einen Geist, der überwindet. Lesen wir diesen Vers nochmal, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wow, das ist ein kraftvoller Vers. Wir überlegen gleich, was das im Detail bedeutet. Denken wir zunächst vielleicht mal über diese Frage nach, woran das eigentlich liegen kann, wenn wir unsere Gaben nicht einsetzen. Es kann zum Beispiel an Angst liegen. Ich glaube, so war es bei Timotheus. Und das ist eigentlich auch kein Wunder bei der Aufgabe, die er hatte. Schließlich war Timotheus noch ein junger Mann. Er war vielleicht Mitte 20 und er hatte von Paulus die Aufgabe bekommen, als Gemeindeleiter, als Pastor quasi, tätig zu sein. Und das war eine riesige Herausforderung. Er hatte mit Leuten zu tun, die falsche Lehre in die Gemeinde brachten. Diese Leute sollte er zurechtweisen. Er sollte sie daran hindern. Er sollte sie aufhalten. Außerdem sollte er sich um verschiedene Gruppen in der Gemeinde kümmern. Zum Beispiel auch um ältere Männer mit viel mehr Lebenserfahrung, die seine Väter hätten sein können. Er sollte sich um sie kümmern und sie auch korrigieren. Das alles und vieles mehr gehörte zu seinen Aufgaben. Das war eine wirklich große Herausforderung. Das waren viele schwierige Aufgaben und Timotheus hatte dafür Respekt und er hat sich manchmal auch gefürchtet. Und ich glaube, das kann man gut verstehen, oder? Es kann aber noch ganz andere Gründe geben, außer der Angst, warum wir unsere Gaben nicht einsetzen. Zum Beispiel Faulheit und Bequemlichkeit. Warum anfangen zu dienen, wenn man sich auch bedienen lassen kann? Ein anderer Grund könnte auch Stress sein und zu wenig Zeit. Dein Leben ist schon so vollgestopft mit allen möglichen anderen Dingen, beruflicher Arbeit vielleicht oder Hobbys oder vielen anderen Sachen, was auch immer, dass du einfach keine Zeit mehr hast für einen Dienst. Du müsstest erst die anderen Dinge reduzieren, damit du noch Kapazität hast, deine Gabe überhaupt einzubringen. Wieder ein anderer Grund, seine Gaben nicht einzusetzen, kann auch sein, dass dich noch nie jemand gefragt hat. Vielleicht wartest du genau darauf, dass dich jemand einlädt, mitzumachen. Dass dir jemand sagt, hey, wir könnten dich gebrauchen, du kannst etwas, du kannst hilfreich sein, komm, mach mit, steig doch ein. Es gibt sicherlich noch viele andere Gründe, warum Menschen die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, nicht einsetzen. Paulus will uns Mut machen, mit Vers 7. Er will uns Mut machen, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch zu gebrauchen. Er macht Mut, dass wir alle diese Widerstände, die uns am Dienst hindern, überwinden können. Überwinden nämlich mit dem Heiligen Geist, den Gott uns ja auch geschenkt hat, den er unser Herz gegeben hat. Er schreibt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mit Gottes Geist kannst du die Widerstände, die dich vom Dienst abhalten, überwinden. Sein Geist gibt uns die Kraft, unsere Schwachheit zu überwinden. Wir verlieren die Furcht, wir verlieren die Angst, wir trauen uns plötzlich herausfordernde Dinge zu. Timotheus traut sich dann mit dem Geist Gottes zu, auf einmal die falschen Lehrer zu konfrontieren. Er traut sich zu, zu ihnen hinzugehen und sie zu hindern, sie anzusprechen, dass sie nicht weiter ihre falsche Lehre in der Gemeinde ausbreiten können. Ein anderer heute, der traut sich vielleicht mit dem Geist Gottes zu, vorne zu stehen, Musik zu machen, im Mittelpunkt zu stehen, obwohl er das eigentlich gar nicht so mag von seinem Naturell. Ein Nächster traut sich mit dem Geist Gottes vielleicht zu, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, für eine Aufgabe einzustehen, etwas aufzubauen. Gottes Geist weckt auch die Liebe in uns. Er weckt in uns die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den anderen Menschen, dass der Dienst uns wichtig wird, dass wir es dann schaffen, mit dem Geist unsere Bequemlichkeit zu überwinden. Der Geist hilft uns dann, Prioritäten zu setzen, Unwichtiges aus unserem Leben auszusortieren, damit wir dienen können. Und Gottes Geist schenkt uns Besonnenheit, Urteilsvermögen also, Selbstdisziplin, Ausdauer, damit wir den Dienst zu Gottes Ehre versehen können. Gott gibt Gaben, nicht nur Dienstgaben, sondern vor allem auch seinen Heiligen Geist, der in dir wohnt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Bitte Gott, dass dir sein Geist helfen möge, damit du deine Gaben gebrauchen kannst, zu Gottes Ehre. Aus diesem Grund, schreibt Paulus, erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.